Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie man in einem Streudiagramm in R alle Punkte beschriftet. Wir sehen hier schon, wo es hingehen soll. Wir haben beliebige Datenpunkte und eine Beschriftung dazu. Für den Kontext, auf der x-Achse das Gewicht, auf der y-Achse die Größe und die Beschriftung, das ist der BMI, quasi das Verhältnis vereinfacht gesprochen von Gewicht und Größe. Das Ganze möchten wir nachempfinden. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Streudiagramm geplottet. Also ich führe das nochmal aus, dann sehen wir auch, dass das hier leer ist. Für eine Einführung zu Streudiagrammen rechts oben auch eine Playlist. Und wir möchten jetzt, wie gesagt, hier diese Werte mit anfügen. Das geht über die Textfunktion. Die Textfunktion legt man über dieses Diagramm drüber. Das heißt, man plottet sozusagen zweimal hintereinander etwas und muss jetzt an der Stelle eben sagen, welche Variablen formen diese Punkte hier. Das haben wir eben schon gesagt. Gewicht und Größe, das ist das, was hier oben in der Plotfunktion für das Streudiagramm essentiell ist. Und das brauchen wir hier auch. Das heißt, hiermit wird definiert, was die Koordinaten sind, wo letztlich die Beschriftung ran soll. Und als nächstes brauchen wir noch die Labels. Mit Labels ist gleich kann man hier eine beliebige Variable aus dem DataFrame nehmen, die dann entsprechend mit dran gepackt wird. Also das muss nicht zwingend hier das Gewicht sein, sondern wie gesagt, zum Beispiel eben der BMI oder sonst etwas. Also für den Fall 35 könnte ich mir auch die Fallnummer anzeigen lassen oder ich könnte mir eben anzeigen lassen, was der für eine Sportnote hatte. Ich habe schon gesagt, ich möchte das Ganze mit dem BMI beschriften. Das heißt, ich gehe wieder in den DataFrame und lasse mir hier den BMI angeben. Plotte ich das Ganze, wird es wie gesagt drüber geplottet. Allerdings sehen wir, dass das wenig hilfreich ist. Ich sehe jetzt hier die Punkte nicht mehr und ich habe sehr, sehr lange Zahlen, also sehr viele Nachkommastellen. Das kann ich natürlich beheben. Einfach hier markieren in RStudio, Klammer auf, dann wird das Ganze in eine Klammer gesetzt und vor diese Klammer kommt die sogenannte Round-Funktion. Wichtig, innerhalb dieser Klammer wird nochmal ein Komma benötigt und mit Digits ist gleich die Anzahl der Nachkommastellen angefordert. Also wenn ich sage, ich möchte nur zwei Nachkommastellen, Digits ist gleich zwei. Wenn ich das erneut ausführe, passiert das mal wenig, nämlich, dass hier nochmal das Ganze drüber geplottet wird. Deswegen an der Stelle nochmal neu plotten das Streudiagramm, nochmal ausführen und dann sehen wir jetzt, dass wir hier eben Beschriftungen haben. Das heißt hier zum Beispiel die zwei, die sind über einem BMI von 30. Jetzt ist es aber so, dass wir das Ganze noch etwas formatieren wollen, also die Positionierung vielleicht oberhalb oder unterhalb oder links, rechts und die Größe vielleicht auch etwas kleiner gestalten wollen. Das machen wir. Wir gehen einfach hier ganz ans Ende, setzen ein Komma, neue Zeile einfach für die Übersichtlichkeit. Ihr könnt es auch hinten dran machen und mit dem Argument Pose ist gleich, habt ihr jetzt die Möglichkeit, vier verschiedene Platzierungen vorzunehmen. Platzierung, das bedeutet also, wir gehen mehr kurz in die Hilfe, Doppelklick, F1 drücken und dann gibt es hier das Argument Pose innerhalb der Funktion Text und da sieht man, dass es Values 1, 2, 3 und 4 gibt, die entsprechend für Below, Left, Above and Right sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Pose 3 angeben würde, würde das bedeuten, dass das Ganze oberhalb geplottet werden würde. Vom Punkt Momentan oder eben war es ja so, dass das genau drauf ist. Ich plotte es jetzt, wie gesagt, nochmal und da sehen wir, dass das dann oberhalb geplottet wird. Je nachdem, wie ihr das plotten möchtet, könnt ihr mit Pose das Ganze anpassen. Wenn ihr findet, dass das Ganze etwas zu groß ist mit CEX, das heißt, das ist die Textgröße, könnt ihr das etwas verkleinern oder auch, wenn ihr wollt, vergrößern. Standardmäßig ist hier die 1 gewählt mit 0,75. Das ist so, wie ich das in der Vorschau hatte, wäre das Ganze etwas kleiner und daher besser lesbar. Gerade bei vielen Datenpunkten, wenn man wirklich alle beschriften möchte, hat man hier tatsächlich schon fast eine Darstellung, die komplett lesbar ist. Wie gesagt, da muss man ein bisschen spielen damit. Man kann das Ganze auch noch einfärben, also zum Beispiel die Farbe mit Col ist gleich und dann in Anführungszeichen eine jeweilige Farbe auswählen. Dazu habe ich auch einen Blogbeitrag zu den ganzen Farben, der oben verlinkt ist. Und wenn man das jetzt ausführt, also sprich, das Ganze nochmal plottet und den Text drüber legt, hat man jetzt hier entsprechend, so wie ich das eben gezeigt habe, die Beschriftung des jeweiligen Datenpunktes mit dem BMI-Wert in dunkelgrau und etwas kleiner als die Standardschriftgröße. dann geht es um genau diese Überlegung des gibt. Und wenn man das hier anschaut, das ist ein paar Minuten die Durchführungen desUNTgements